Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, was eine Regressionsanalyse ist und gebe dir einen Überblick über die verschiedenen Arten der Regression. Und damit starten wir auch gleich. Eine Regressionsanalyse ermöglicht es dir, ausgehend von einer oder mehreren Variablen auf eine weitere Variable zu schließen bzw. diese vorherzusehen. Sagen wir, du möchtest herausfinden, was einen Einfluss auf das Gehalt einer Person hat. Hierfür könntest du zum Beispiel den höchsten Bildungsabschluss hernehmen, die wöchentliche Arbeitszeit oder das Alter einer Person. Du könntest nun untersuchen, ob diese drei Variablen einen Einfluss auf das Gehalt von einer Person haben. Wenn ja, wenn dieses der Fall ist, dann kannst du das Gehalt einer Person vorhersehen, indem du den höchsten Bildungsabschluss der Person weißt, die wöchentliche Arbeitszeit und das Alter der Person. Die Variable, auf die du schließen möchtest, also die, die du vorhersagen möchtest, heißt abhängige Variable oder Kriterium. Die Variablen, die du für die Vorhersage hernimmst, heißen unabhängige Variablen oder Prädiktoren. Mit der Regressionsanalyse können zwei Ziele verfolgt werden. Du kannst den Einfluss einer Variable oder mehrerer Variablen auf eine weitere Variable messen oder eine Variable anhand von anderen Variablen vorhersehen. Damit du für diese beiden Bereiche ein besseres Gefühl bekommst, schauen wir uns hierfür nochmal Beispiele an. Starten wir mit der Messung des Einflusses einer oder mehrerer Variablen auf eine weitere. Dich könnte im Rahmen deiner Forschungsarbeit interessieren, was einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern hat. Dich interessiert also, ob man belegen kann, dass es Parameter gibt, die die Konzentrationsfähigkeit von Kindern positiv oder negativ beeinflussen. Du bist aber nicht daran interessiert, die Konzentrationsfähigkeit von Kindern vorherzusagen. Oder du könntest untersuchen, ob das Bildungsniveau der Eltern und der Wohnort einen Einfluss auf das zukünftige Bildungsniveau von Kindern hat. Dieser Bereich ist daher sehr forschungslastig und findet in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften viel Anwendung. Der zweite Bereich, in dem die Regression zur Vorhersage verwendet wird, ist er anwendungsnah. Um die Krankenhausbelegung optimal zu nutzen, könnte Dich interessieren, wie lange ein Patient im Krankenhaus bleibt. Also basierend auf den Merkmalen des zukünftigen Patienten, wie das Alter, dem Grund des Aufenthalts und den Vorerkrankungen, möchtest Du wissen, wie lange diese Person wahrscheinlich im Krankenhaus bleibt. Basierend auf dieser Vorhersage kann dann die Bettenplanung optimiert werden. Oder als Betreiber eines Online-Shops bist Du sehr daran interessiert, welches Produkt eine Person am ehesten kauft. Dieses Produkt möchtest Du dem Besucher dann vorschlagen, um den Umsatz des Online-Shops zu steigern. Hier kommt auch eine Regression zum Einsatz. Jetzt gibt es natürlich noch verschiedene Arten von der Regressionsanalyse. Die sind aber nicht schwer zu verstehen, daher starten wir gleich. Bei der Regressionsanalyse wird zwischen der einfachen linearen Regression, der multiplen linearen Regression und der logistischen Regression unterschieden. Bei der einfachen linearen Regression verwendest Du nur eine unabhängige Variable, um auf die abhängige Variable zu schließen. In dem Beispiel, wo wir das Gehalt einer Person vorhersagen möchten, verwenden wir nur eine Variable, Entweder ob die Person studiert hat oder nicht, die wöchentliche Arbeitszeit oder das Alter einer Person. Aber es wird immer nur eine Variable verwendet. Bei der multiplen linearen Regression werden mehrere unabhängige Variablen verwendet, um auf die abhängige Variable zu schließen. Du verwendest also den höchsten Bildungsabschluss, die wöchentliche Arbeitszeit und das Alter einer Person, um auf das Gehalt zu schließen. Also der Unterschied zwischen der einfachen linearen Regression und der multiplen linearen Regression ist, dass in dem einen Fall nur eine unabhängige Variable verwendet wird und in dem anderen Fall mehrere unabhängige Variablen verwendet werden. Beide haben gemeinsam, dass die abhängige Variable metrisch ist. Metrische Variablen sind zum Beispiel das Gehalt einer Person, die Körpergröße, die Schuhgröße oder zum Beispiel der Stromverbrauch. Demgegenüber steht die logistische Regression. Die logistische Regression wird verwendet, wenn du eine kategorische abhängige Variable hast. Zum Beispiel, wenn du darauf schließen möchtest, ob eine Person Burnout gefährdet ist oder nicht. Immer wenn du Ja, Nein Antworten hast, verwendest du eine logistische Regression. Also bei der linearen Regression ist die abhängige Variable metrisch, bei der logistischen Regression ist sie kategorisch. Immer wenn deine abhängige Variable Ja, Nein Antworten sind, wird eine logistische Regression verwendet. Kauft eine Person ein Produkt Ja oder Nein, ist eine Person gesund oder krank, wählt eine Person eine gewisse Partei Ja oder Nein und so weiter und so fort. In allen Fällen ist es aber egal, welches Skalenniveau die unabhängige Variable hat. Diese können entweder nominal, ordinal oder metrisch sein. Wie gesagt, das Skalenniveau der abhängigen Variablen kann in allen drei Fällen, also bei der einfachen Linearen, bei der multiplen Linearen und bei der logistischen Regression entweder metrisch, ordinal oder nominal sein. Die abhängige Variable ist im Linearenfall metrisch und im Fall der logistischen Regression nominal oder ordinal. Zu beachten ist, dass bei nominalen oder ordinalen unabhängigen Variablen die Variablen klassischerweise nur zwei Ausprägungen haben dürfen, wie zum Beispiel das Geschlecht mit männlich und weiblich. Haben deine Variablen mehr als zwei Ausprägungen, dann musst du sogenannte Dummy-Variablen bilden. Zu Dummy-Variablen habe ich ein eigenes Video, was im Laufe der Playlist noch kommt. Bevor ich dir zeige, wie du eine Regression ganz einfach online berechnen kannst, eine kurze Wiederholung. Also, es gibt die einfache lineare Regression. Eine Fragestellung könnte sein, hat die wöchentliche Arbeitszeit einen Einfluss auf den Stundenlohn von Angestellten. Die Besonderheit ist, dass wir nur eine unabhängige Variable haben. Dann haben wir die multiple lineare Regression, haben die wöchentliche Arbeitszeit und das Alter von Angestellten einen Einfluss auf den Stundenlohn. Hierbei haben wir zwei unabhängige Variablen, wöchentliche Arbeitszeit und Alter. Und dann die logistische Regression, haben die wöchentliche Arbeitszeit und das Alter von Erwerbstätigen einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass sie Burnout gefährdet sind, ja oder nein. Hier wird eine logistische Regression verwendet. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine Regression online berechnen könnt. Hierfür geht ihr bitte auf datatab.de, klickt auf den Statistikrechner und wenn ihr eure eigenen Daten verwenden möchtet, klickt ihr einfach auf Tabelle leeren und kopiert eure Daten in diese Tabelle. Ich verwende einfach das Beispiel. Wir möchten eine Regression berechnen, daher klicken wir einfach auf Regression. Nun können wir hier auswählen, was unsere abhängige Variable ist und was unsere unabhängige Variable ist. Je nachdem, wie das Skalenniveau von der abhängigen Variable ist, wird entweder eine lineare oder eine logistische Regression berechnet. Nehmen wir zum Beispiel das Einkommen als abhängige Variable und als unabhängige Variable das Gewicht einer Person und das Alter einer Person. Dann wird eine lineare Regression berechnet. Und hier unten bekommst du dann die Ergebnisse. Du bekommst die Modellzusammenfassung, die ANOVA und die Koeffizienten. In meinem Video zur linearen Regression gehe ich dann genauer darauf ein, wie du die Werte interpretieren kannst. Zusätzlich kannst du dir noch die Zusammenfassung in Worten ausgeben. Klickst du jedoch eine kategorische Variable an, zum Beispiel den Ort, wird automatisch eine logistische Regression berechnet. Und du bekommst wieder hier deine Ergebnisse. Ganz wichtig ist nur noch zu beachten, dass wir keine Kausalität nachgewiesen haben, nur weil wir eine Regression berechnet haben. Ist dir dieses nicht ganz klar, schau dir einfach mein nächstes Video über den Zusammenhang zwischen Korrelation, Regression und Kausalität an. Ansonsten geht es mit dem Video zur einfachen und multiplen linearen Regression oder dem Video über die logistische Regression weiter. Ich freue mich, dich gleich wiederzusehen. Beidee. Beidee. Dagee.